Machst du die Ansage? Mache ich die Ansage? Äh, äh, Hallihallo, Hallöchi Leute und herzlich willkommen zurück zu Marken 8 mit Musician. Hallo! Das ist der da. Bin ich. Hallo. Verdammt, bin ich der erstmal voll gefailt hat hier. So für uns beide wieder MK8 nach langer, langer Zeit. Mit 210 cm. Ja, wenn schon, dann richtig. Oh wow, ich kann's auch überhaupt nicht mehr gerade. Boah, ist ja schnell. Man muss ja erst mal wieder reinkommen. Natürlich, gotta go fast. Ja. 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 Wenn schon fast, dann auf fastest. Wenn auf the fastest, fastest. Fastest thing alive. Yeah. Was ging bei dir die letzten Monate? Ist ja schon eine Weile her, als wir uns irgendwie gesprochen haben. Also ich hab ja jetzt, also ich hab da seit ein paar Wochen, also seit ein paar Wochen, hab ich jetzt endlich meinen Elgato weg und hab jetzt eine Avermedia U3. Sehr gut. Halleluja. Und nehme auch mit Wii Central auf und so weiter. Sehr gut. Und, ähm, dann das schönste, was natürlich passiert ist, ne? Ja. Ist seit dem 20. Oktober frei. Hashtag Freiheit, raus aus Mediakraft und rein in die Gaming Clubs. Yeah. Yeah. Hat ja auch nur lange genug gedacht. Ja, irgendwie eineinhalb Jahre hat sich's jetzt gezogen, glaub ich, ne? Ja. Eineinhalb Jahre. Ja. Ah. Endlich. Hat ja doch noch funktioniert. Bin daheim. Bin zu Hause. Sehr gut. Ah. Ich hab dich vermisst. Bauern Panzer. Ich mich auch. Ja, ich dich, meine ich dich auch natürlich. Ich vermisse mich auch ständig. Ich denke mir so, Mann, wann komm ich wieder? Ja. Ich guck, ich warte mal darauf, dass irgendwo ein Spiegel ist, damit ich mich endlich wieder sehe. Ja. Ich kenn das. Ah, scheiße. Fucking Blitz. Deswegen hab ich mir jetzt zwölf Millionen Perücken gekauft und sowas, damit ich mich verkleiden kann, wie dann sagen kann, ach komm ich endlich wieder. Und wenn du nicht ausziehst, oh mein Gott. Ich bin wieder da. Halleluja. Dann ist alles total cool. Dann ist alles wieder hubsch. Ja. Shane. Naja, und sonst ist alles eigentlich wie immer, ne? Sitz hier. Bin wieder am Knechten. Zehn Stunden am Tag. Ist geil. Muss. Sonst wär ich ja auch. Sonst wär ich derjenige gewesen, der neben euch gesessen hätte bei Trifor Zeros. Stimmt, da war ja was. Ja. Das war auch so. Das war richtig nervig, letzten Endes noch. Ja? Ja, weil da sollte ja nicht die Buschelkauer mitspielen und die hat halt so einen Tag vorher abgesagt. Und ich dachte mir so. Und dann hab ich halt so eine Million Leute gefragt und dann hat zumindest der, der Benni von Braugamerview gesagt, ja ich hab Zeit. Und ich dachte so, oh Gott danke. Ja. Und er hat dann den Tag gerettet. Ich hätte auch gerne den Tag gerettet. Nächstes Mal. Aber ich musste Crepe drehen. Das war ja auch wichtig. Ja das ist natürlich auch. Das ist lebensüberwichtig. Lebensüberwichtig? Lebensüberwichtig. Überlebenswichtig. So. Ein Kumpel von mir hat einfach eine Schokopizza bekommen. Und der meinte, das ist wie ein dickes Crepe mit ganz viel Nutella drauf. Und ich möchte das in meinem Leben haben. Das heißt, wenn ich zu dir komme, musst du mir auch mal eine Schokopizza machen. Puh. Mit Salami? Nein, das ist einfach nur der Crepe-Teig, aber richtig dick. Mhm. Und dann halt Nutella-Fett drauf. Und ich dachte mir so, ja. Von mir aus? Du musst nur mal herkommen. Kriege ich hin. Du musst nur mal herkommen. Ich bin bestimmt... Nee. Siehst du jetzt um Hannover? Von nach Hamburg? Nee, ich ziehe nicht nach Hamburg. Oh. Das macht so null Sinn. Düsseldorf, ne? Ich würde mir den Kopf schießen, wenn ich nach Hamburg ziehen würde. Ja. Das ist die schönste Stadt der Welt. Ich weiß, dass sie schön ist, aber es macht keinen Sinn, da hinzuziehen. Weil ich dann genau denselben Pfarrterror habe, den ich gerade habe, wo ich in Hannover wohne. Ach, du fährst immer nach Gameswelt, ne? Oder wie läuft das? Nee, ich fahr ja immer nach Düsseldorf runter. Und nach Duisburg zu Nico. Und generell mal in die Ecke, weil da ständig irgendwas ist. Und... Okay. Weil da gefühlt auch alle wohnen. Und... Ja, gut, das stimmt natürlich. Daher... Ja. Na, ich habe ja hier oben meine Ecke, so. Ich bin ja hauptsächlich... Ich habe mir Nico so gut wie gar keinen Kontakt. Ich mache ja alles mehr mit Christian. Mhm. Und, äh... Der kommt auch ab und zu mal. Der wohnt ja da... Fünf Minuten entfernt. Mit dem Auto. Kommt ja mal alle paar Tage und isst mal ein Crepe. Oder sieben. Und... Ja. Der will auch jetzt, das hat er gesagt. Oder? Er möchte ganz gerne mit einer Kamera vorbeikommen. Möchte mal so den Tag filmen. Wie... Was ich... Was ich den Tag da so lange mache. Okay. Das ist dann so... 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 Der Doku-Soap. Hinter dem Crepe. Sehr gut. Behind the Crepes. Das klingt nach einem Plan, der sich umsetzen... Z... 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 Vielleicht wirds auch Köln. Vielleicht wirds auch Essen. Vielleicht wirds auch Duisburg. Man ist sich nicht sicher. Irgendwo die Ecke. Aber da unten in den Raum hin. Also Düsseldorf wäre halt meine ideale Wahl, weil Düsseldorf einfach mega großartig ist. Ich bin ja... Ich war ja... Ähm... Vielleicht nicht wieder da. Ich war irgendwann die letzten Tage da. Und ähm... Allein, dass ich da diese ganze Scheiße kaufen kann, die es in Japan zu kaufen gibt, weil es einfach in Düsseldorf 1000 japanische Einkaufsläden gibt. Allein deswegen muss ich da hin. Ich hab mein CC Lemon da kaufen können. Das ist die beste Stadt der Welt. Und CC Lemon ist das beste Getränk der Welt. Okay. Wonach schmeckt? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das schmeckt so... Das ist so eine Zitronenlimonade. Ja, aber die schmeckt so ganz leicht zitronig, so ein bisschen süß. Ja. Und das war's. Die ist einfach nur super... Die schmeckt so super leicht einfach nur. Aber halt das macht sie gerade geil, finde ich. Okay. Ich bin ja nicht so ein... Ich versuche ja mal... Ich meine, ich trinke ja nicht so eine... Ist das ein Energy Drink? Nee, das ist einfach... Das ist einfach so ein normaler Drink. So ist wie Fanta und Sprite. Nur halt... Äh... Noch zitroniger. Aber halt so leicht zitronig. Das ist schwer zu erklären. Das muss man einfach selber mal trinken. Okay. Bring's mal mit. Ja. Wenn ich heute wieder in Düsseldorf bin oder in Japan, dann... Bring ich so ein Ding mal mit. Bring's mal mit. Komm's wieder zu den Clerks zum Geburtstag. Wann ist der denn? Wie letztes Jahr auch? Februar oder so. Irgendwie war das, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Ich weiß, das war irgendwie noch... Da hab ich auf jeden Fall noch... Müsste irgendwie so Februar gewesen sein. Oder März. Oder Januar. Ich hab keinen Plan. Ich weiß es nicht. Oder August. Ich hab kein Zeitgefühl mehr. Nee, das lässt nach mit YouTube. Das fällt mir auch auf. Wenn du YouTube machst, dann hast du kein Zeitgefühl. Ja. Ich weiß nur, in vier Tagen ist große Action angesagt bei mir. Und ich hab noch nichts vorbereitet. Ich muss immer noch den tollen Trailer schneiden. Ich hab jetzt so eine Low-Budget-Version davon kreiert. Damit halt überhaupt irgendwas angekündigt wurde. Ja, hab ich gesehen. We all have a dream. Ja, das ist so cringy, sich das anzugucken. Und ich find das eigentlich voll furchtbar. Aber ich brauchte irgendwas. Das war das erste, was mir einfiel. Tatsächlich find ich das voll okay. Also das ist wahrscheinlich das Beste, was ich jetzt bis in den Geschissen habe da. Allgemein. Mhm. 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 Also die Idee, die ich da hatte, war ja, dass das so als Einstieg läuft und dann der richtige Trailer danach kommt. Das Problem ist, ich hab keine Zeit den anderen Trailer zu schneiden, dass das rechtzeitig rauskommt. Daher, gibts den anderen Trailer, dann wenn der Stream anfängt. Und wie der aussehen wird. Als Stream-Kündigung. Oh, der wird gut. Der wird gut? Der wird richtig gut. Ich freu mich schon drauf. Hoffe ich. Ich weiß immer. In meinem Kopf wird der spektakulär. Ob er das dann auch wirklich wird, das muss ich dann zeigen. Im Kopf ist immer alles cooler. Immer. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß noch den Einschwerder, den die ganz ersten mal gemacht hast. Das glaube ich auch schon letzten Ende, war seit letztes Jahr übertrieben. Aber gerade als du die 100 geschafft hattest. Der war auch nicht schlecht, wo die Zahlen dann so runtergegangen. Oder wann oder was? 75. Der war, den fand ich cool. Das war das, was mir gefallen. Ja, sowas wird das dann auch wieder, aber halt cooler. Okay. Noch cooler. Noch mehr. Explosionen. Das krieg ich nochmal hin, den zu toppen, aber dann auch nicht mehr. Danach hat es sich dann noch erledigt. Danach ist auch vorbei mit Streamen. Danach hätte ich nicht wieder gestrebt. Also danach krieg ich zumindest keinen cooleren Trailer mehr hin. Okay. Glaube ich. Zumindest für eine Weile. Denn nimmst du halt immer wieder diesen Trailer und änderst einfach nur und machst so ganz, ganz, ganz billig, klappst du einfach nur was über den 100 Stunden Stream so hinweg. Das klingt... Dann krieg ich dieses blöde Octopus-Ding ab und dann werde ich von einem roten Panzer getroffen. Dann falle ich gegen so eine Kugel und alles ist furchtbar. Und das ist alles in der letzten Runde natürlich. Natürlich. Es ist immer so. Oh man. Wie fandest du ein Try for Heroes? Äh... Wir haben es noch nicht durchgespielt. Wir haben es nur... Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind in die zweite oder dritte Welt gespielt. Ja. Es war ganz süß, aber ist auch nicht so unbedingt was, was ich jetzt... 4.000 Stunden spielen könnte. Ab dann wird es langweilig. Ich habe es ja mit Mock und Wollo Let's Played. Mhm. Und irgendwann haben wir gedacht, alter Gott sei Dank ist das durch. Huiuiui. Ja, ich kann es mir vorstellen, dass das sich sehr ziehen kann, weil das irgendwie nicht wirklich cool ist. Das Ding ist halt, du kriegst halt den Totem und alles immer aufgezwangen. Gezwängt. Ja. Hier, nimm! Nimm die Items, benutzi! Ich hätte so ein richtiges Zelda, so mit Dungeons, so einen richtig langen Dungeon, sowas zu dritten, das hätte ich richtig cool gefunden. Das ist, glaube ich, auch eine richtige Budget-Produktion gewesen. Also, das merkt man in dem Spiel an, dass da jetzt nicht wirklich jahrelange Entwicklung hinter stand, sondern das war so, ah, wir brauchen noch was fürs Weihnachtsgeschäft, klickt noch was zusammen, wir haben irgendwie noch Link Between Worlds Sachen hier, macht mal was da draus. Und dann kam das halt dabei raus. Do it! Do it! Ja, ich glaube, es ist sogar dieselbe Musik und alles. Also, so wirklich viel, also viel Arbeit hatten die mal damit jetzt nicht. Ne, die haben halt die fette Texturen genommen und dann hier bitteschön, neues Spiel. Ja, wie gesagt, sie haben ja einfach, sie haben ja alles daraus fertig. Sie müssen das ja eigentlich nur Copy-Pasten, ein bisschen umstellen, dann war das Spiel durch, so. Tada! Neue Spiel. Aber ja, ich freu mich drauf, falls wir uns nochmal wieder treffen, also die Truppe, die das aufgenommen hat. Das wird ja auch richtig auf dem Nintendo-Kanal gefeatured und alles. Das ist das Coolste an der Sache. Toll. Ja, mach mich noch mehr neidisch ein bisschen. Bitte. Komm, gib ihm. Sag, sag doch. Los! Na, mach mich neidisch! Los! Sofort! Oh man. Fucking Krebs. Weißt du was? Irgendwann werde ich mein soziales Leben einfach weg. Und mach nur noch das hier. Das lohnt sich nicht. Ne, glaub ich auch nicht. Oh fuck! Oh Gott, ist die Kurve eng! Die Strecke ist nicht dafür gemacht worden! Doch, die Strecke ist schon dafür gemacht worden, dass man so schnell durchfahren kann. Bist du sicher? Ja, mit der kam ja der 200 CCM. Kam die nicht erst mit dem späteren? Ne. Oder? Ich bin der Meinung, die kam doch hier nach erst. Stimmt, aber da muss das schon geplant gewesen sein eigentlich. Theoretisch ja. Wahrscheinlich war es einfach nur ein Bug im Spiel. Und jetzt haben sie gesagt, okay, dann machen wir doch ein 220 CCM-Bode. Ja, das machen sie ja ständig. Dass sie irgendwelche Bugs in den Spielen haben und sich denken, oh, ist voll lustig. Komm, daraus machen wir irgendwas total cooles. Genau wie diese komische Kopierkirsche in Mario 3D World. Das war ein Glitch? Ja. Okay. Musst du gerade. Wir haben irgendwas eingesammelt und dann waren plötzlich zwei Charaktere auf dem Bildschirm. Und dachten sich, oh, voll lustig. Daraus machen wir jetzt ein Gameplay-Element. Und dann, äh, ja. Haben sie raus ein Gameplay-Element gemacht. Das haben sie ja auch bei, bei, bei den ersten Mario Brothersern gemacht, ne? Ja. Äh, bei dem ganzen ersten Mario Brothers konntest du ja über das Ziel hinweg springen. Ja, okay. Ich erinnere mich. Da war irgendwas. Und beim Original zweitmal, nämlich nicht beim Doki Doki Panic Mario Brothers, sondern bei dem Original Lost Levels. Da ist das ja auch ein Feature, dass du dabei weg springen kannst und dahinter befinden sich dir noch was. Hm. Mhm. Also das haben sie, das machen sie, das machen sie, man erkennt das so langsam die, die Spur da drin, ne? Aha. 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 Sie, ja. Sie machen einfach und dann sehen sie, oh, das ist ja cool, das ist jetzt auch ein Feature und dann. Ja. Das war bestimmt, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie das hier irgendwie aus Versehen auf, keine Ahnung, 3000 CCM gestellt haben und sich dann dachten, oh, das ist ja eigentlich doch ganz lustig. Haha, guck, wir fahren die ganze Zeit gegen die Wand. Machen wir es ein bisschen weiter runter und dann geht das voll und dann, ja. Neues Gameplay-Element! Geil! Geil! Ich kann, ich kann durchdrehen, weil, Gameplay, yay! Yay! Ein Energydrink-Schluck auf das Gameplay. Ja, ich, ich nehm, Schluck aus meiner, äh, Ketchup-Dose hier. Das ist auch gut. Lecker Ketchup. Ah. Naja, ja, sonst ist alles bei mir soweit. Okay. Sehr schön. Ich hab grad ein T-Shirt an, möchte ich anmerken, das ist mir zwei Nummern zu klein, aber ich hab keine sauberen mehr, also musste ich das anziehen. Das kenn ich aber, mir ist auch alles zu klein. Nicht aber daran, weil ich ganz schön zugelegt habe. Ja, ich aber auch. Ich bin immer so, erst bin ich mega fett, dann bin ich wieder aufm Weg abzunehmen, aber dann denk ich mir so, ach, whatever. Und dann werd ich wieder mega speckig, sonst ich halt echt mal wieder abnehmen. Ja.